Wir erleben jetzt in den vergangenen 20 Jahren eine Zunahme an autoritären Einstellungen in unserer Gesellschaft, in Europa, aber auch sonst in der Welt. Und mit den autoritären Einstellungen eine Krise beziehungsweise eine Attacke auf das, was man plurale, liberale Demokratie nennen kann. Und es gibt starke Befunde, dass das auch unter anderem damit zu tun hat, dass wir über neue Kommunikationstechnologien verfügen, über neue Systeme, die die Möglichkeit, die Wahrnehmung der Welt, das worüber gesprochen wird, das was gesehen und gedacht wird zu beeinflussen, verändert hat. Also Stichwort Desinformation, Fake News etc. Und es gibt jetzt seit vielen Jahren hier dazu Forschungen, Untersuchungen aus den unterschiedlichsten Ecken, aus der Sprachwissenschaft, aus der Politikwissenschaft, aus der Psychologie. Und wir haben gesagt als Organisatoren, dass es an der Zeit ist, hier transdisziplinär sich diesem Thema zu widmen. Weil am Ende des Tages geht es darum, wie wir als Gesellschaft organisiert sind und wie wir auf das, was hier auf uns zukommt im Bereich der Technologie, im Bereich des Klimawandels, im Bereich einer Gesellschaft, die altert, wie wir darauf reagieren. Und was heißt hier Demokratie in einer Welt dieser neuen Kommunikationsformen? Und das ist ein großes Thema. Ein Thema, das keine einseitige Perspektive benötigt, sondern unterschiedlichste Perspektiven. Und das ist der Anspruch der Ringvorlesung. Wir sind hier alle, die hier als Vortragende am Podium stehen in einer Situation, dass wir sagen, wir sind ja am Anfang überhaupt zu verstehen, was hier passiert. Und ich möchte auch betonen, wir müssen überhaupt eine Sprache entwickeln, um das zu beschreiben, was hier passiert. Wenn ich sage, was hier passiert, wir haben täglich neue Technologien, täglich neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, neue Produkte, die hier entstehen. Wir haben im Bereich der sogenannten Social Bots, also der Möglichkeit automatisiert, Informationen, Disinformationen einzuspeisen, täglich neue Entwicklungen. Das heißt, die technologische Evolution ist in gewisser Weise schneller und geht rascher als die Fähigkeit von uns zu verarbeiten, was hier passiert. Und um dieses Manko, diese Lücke zu schließen zwischen der technologischen Evolution und unserem Verständnis davon, haben wir diese Ringvorlesung initiiert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie auch in dieser Form stattgefunden hat und stattfinden wird, weil es natürlich etwas ist, das uns keine Ruhe lassen wird. Wir werden die kommenden Jahre und möglicherweise Jahrzehnte damit verbringen, das, was hier passiert, zu verarbeiten.